hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge let's play um sie zwei heute mal ein bisschen aus der reihe samstags um zehn aber ist halt so ich habe es nicht mehr geschafft gestern das aufnehmen zu können für euch gestern das ist so dass rechtzeitig ist wir haben es jetzt gerade freitag 24 7 18 36 ja ich habe es einfach vorher nicht geschafft das aufnehmen zu können und ja noch eine weitere info nicht vergessen am montag 25 27 7 ab ja ich denke mal so circa 15 uhr bin ich live hier auf youtube ja wir werden denke ich noch um sie anfangen eventuell später noch mal weg sind das weiß ich aber noch nicht ich weiß auch nicht mehr der stream geht moment aber so viel kann ich sagen später 22 uhr ist feierabend ich glaube zwar nicht so lange stream werde aber einfach mal so im vorweg gut dann hat mir das geklärt ja wir stehen gerade auf der karte freifut und modded und fahren jetzt die linie 62 von nebelau bis nach bis zum freifutter zb das ganze machen wir mit dem messiness c2 aus dem drei generationen paket und ja ich würde sagen gestalten das habe ich mir eingebaut aus dem tutorial von ein mensch ich habe euch irgendwann mal den link dazu in die video beschreibung ja mit weit haben wir das ist vielleicht immer so oder zusagen und ja meine hände kleben so weit von weiß so hart schwitze jetzt habe ich hier den gang raus gemacht ich höre wo ein bus ach hinter uns 63 monate interessant ich stelle mal schnell vor noch irgendwer mit geht dann nicht so kann das natürlich stattfindet das ist gar keine morgen eine stelle ist ja so die ecke das rolle geht nicht weiter runter blick aus der tauscht börse aber da werden auch ein paar andere sonst abgeladen hat nächste haltestelle liebe lau tillen blick hallo ich dachte ich mir abändern möchte deswegen die kollision hängig an ist gar nicht gut ok gut nächste haltestelle nebelau marktplatz der marktplatz in nebelau der marktplatz in nebelau der marktplatz in nebelau kann aber dann ist der bus einfach ein bisschen leise ist ne 1c2 ne der ist etwas leiser als mancher anderer bus nächste haltestelle oberdorf ich hoffe wir sind diese linie noch nicht gefahren aber ich meine nicht ich kann es ruhig losfahren das ist natürlich auch eine möglichkeit ich sehe absoluten Nein, jetzt ist wieder was hier. Wie? Der Kurve habe ich jetzt nicht gerechnet. Man ist ja gerade durch die Haltestelle gefahren, das Flora-Auto, oder habe ich das gerade gesehen? Nächste Haltestelle. Ich glaube hier war irgendwo eine Ampel war. Oh, Salm. Ich habe irgendwie das Gefühl. Oder es ist einfach nur eine Richtung. Wortsp... Ach, für eine Stimme. Nächste Haltestelle. Lingenfeld. Lingenfeld. Ja, und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr beim Livestream am Boot zahreisch erscheint. Allja. Ich weiß nicht, wenn ich im Bleifuß... Habe ich so das Gefühl, obwohl ich eigentlich zu früh bin, zwei Minuten. Ich weiß nicht, ob ich das Gefühl habe. Hallo. Morgen. Einen normalen Fahrschein. Einen normalen Fahrschein. Danke. Einmal kurz Strecke Sütze. Danke. Bitte. Nächste Haltestelle. Waldschwimmbad. Sie wechseln danach in ein anderes Tarifgebiet. Bitte prüfen Sie die Gültigkeit Ihres Fahrausweises. Nächste Haltestelle. Waldschwimmbad. Nach dem Haltestelle. Nach dem Haltestelle. Du fährst eine neue Fährzone. Bitte check die Validität Ihres Tickets. So, ich werde jetzt angefahren. Und sich das sollte reichen. Denke ich mal. Ja. 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 Oder wir stehen halt einfach. Ich auch. Ich auch. so da müsste ich mich mal gerade ganz kurz ich habe gerade gesehen mein mikro hat trotzdem ausgeschlagen warum auch immer aber so ganz minimal das wundert mich irgendwie nach der aufnahme lukki lukki bau Guten Morgen, ich hätte gerne eine Tageskasse. Ach, ach, junger Mann da, ach, dankeschön. Daher geht's. Nächste Haltestelle Freifurt, Fischhof. Der Boden muss ja irgendwie locker sein, der knarzt irgendwie immer so. Habt ihr auch gerade gehört, oder? Ja, der fährt ja, das ist ja unglaublich. Der hat da seinen Führerschein gewonnen, oder? Das ist ja unglaublich. Ich benutze das Ding zwar fast nie, aber jetzt nutze ich's mal. Ja. Komm, ich so rein. Guten Morgen. Ich hätte gern einen normalen Fahrschein. Den normalen Fahrschein bekommst du. Danke. Bis mal diese Preisjäger würden, ey, mein Gott. Nächste Haltestelle, Markit Graf. Ich hab heute den Gelenkelektrobus von Solaris gesehen. Ja. Tatsächlich. Bin mal gespannt, wo die BVG den einsetzen wird. Soll der BVG mal aussteigen? Hoppala, jetzt hab ich jetzt nicht... Ja, ja. Weiß ich. Dann fährst du mal wieder hier hoch. Danke. So, die 62 fährt nach rechts. Nächste Haltestelle. Johann Andreas Schmellerschule. Ja, das ist ja, äh... Prämium-Umsikai. Sobald ich weiß, wo der Gelenkelektrosolaris fährt, dann werd ich den. Da werd ich damit auch immer fahren. Mindestens. Ja, aber der ist ja aktuell, fährt ja nur Betriebsfahrt und Testfahrt. Das ist es wahrscheinlich dann. Und ja, bin mal gespannt, wie gesagt. Ich könnte mir eventuell den 300er vorstellen. Kann auch sein, dass du da eventuell mal gucken. Obst du sagen, 200er oder sowas? Keine Ahnung. Da hab ich keine Ahnung von. Was. Ja, okay. Nächste Haltestelle. Freifurt Zentraler Omnibusbahnhof Zentraler Umsteigepunkt Next Stop Freifurt Zentraler Omnibusbahnhof Central Transferpoint Zentraler Umsteigepunkt Ich strecke jetzt mal ein G Oh, tschuld Wo steigt C, wo steigt D A, B, ok War die für uns Ja, die war für uns Ups Ja, mein Gott Ja, ok Tarn, Tarn, Dashboard Für Nachtfahrten So, wir hätten jetzt Pause bis um 6.39 Uhr Ok, aber Wenn wir jetzt 64 weiterfahren Aber das machen wir nicht in dieser Folge Auch nicht in der nächsten Folge Ähm Ja Eigentlich ist der Bokar Großartig Naja, gut Gut, dann Würde ich sagen Wenn es euch gefallen hat Dann lasst gerne ein Like oder ein Abo da Und wir sehen uns in der nächsten Folge Nicht vergessen Montag Livestream Bis dahin Tschüss Und wir sehen uns in der nächsten Folge